Herzlich willkommen zum 33. Podcast von und mit Tom Paris und heute mit mir dabei ist der gute Sascha. Hallo. Ja, wir wollen heute ein bisschen über Diablo 4 reden und Sascha, meine Stimme ist noch ein bisschen kratzig. Ich hatte erst Corona, alles halb so schlimm gewesen, aber ja, hab noch ein bisschen, ja, eine kratzige Stimme. Ah, okay, alles klar, ja, Corona. Hattest du schon Corona? Ich hatte es tatsächlich dieses Jahr zweimal. Oha, naja, und auch mal überstanden. Einmal im August. Ja, gut, überstanden, genau. Auch geimpft, aber war trotzdem nicht so cool. War bei dir, bei dir war es halbwegs. Ich hatte einen Tag ein bisschen Fieber, aber also auch nicht schlimm, wie eine Erkältung halt so, ja, ist okay. Okay, dann, was ich angeht, dass ich mich als fünf Tage umgehauen, aber lass uns mit Diablo reden. Genau. Ja, heute geht es um Diablo 4, eigentlich nur um Diablo 4, aber am Anfang wollte ich dich mal fragen, spielst du noch dem Ablo Immortal? Ja, trotzdem, dass ich in allen Podcasts davor eigentlich immer geraget habe über Mobile Game Diablo, spiele ich Diablo Immortal relativ aktiv oder sehr aktiv eigentlich. Liegt aber daran, dass es halt die PC-Version gibt und die ganz cool ist. Und wenn man mal den Pay-to-Win-Aspekt außen vor lässt, einfach nur das Game zockt, ist es ein ganz cooles Game. Ich habe eine coole Gilde, wir sind regelmäßig Immortals, immer wieder mal chatten, um dazwischen sich auch zu erholen, weil Immortals mit den Verpflichtungen doch ein bisschen anstrengender ist oder zumindest zeitlich ein bisschen mehr angebunden ist, ne. Ja, aber ich zock's noch aktiv. Macht Spaß, wobei sich Blizzard mit einigen Dingen auch keinem gefallen tut, dass sie Immortals machen. Thema Preiserhöhung, ne. Kommentarlos 20% auf den Preis drauf. Ja, war schon interessant. Ich habe zum Release auch eine Menge gespielt und ich fand's auch gut. Ich habe so auf dem Handy und auf dem PC gespielt. Ich fand die Handy-Version eigentlich ziemlich gut umgesetzt, muss ich sagen. Also, das ließ sich alles so ziemlich gut steuern. Was mich dann so ein bisschen gestört hat, war nicht die Pay-to-Win-Geschichte, weil das habe ich da genauso gesehen wie du. Wer investieren will, soll's machen, wer nicht. Ich bin sowieso nicht unter den Top 10, das ist mir dann auch egal. Ähm, waren in der, äh, während der Story-Kampagne, dass es da so, so viele Lücken gab, wo du halt einfach keine Quests hattest, aber trotzdem irgendwie grinden musstest, um nach vorne zu kommen und beim zweiten oder dritten Mal, ich weiß gar nicht, welches Level, ich hab kein Maximallevel, ähm, habe ich dann auch einfach keine Lust mehr da draufgekommen. Okay. Ja, komisch, weil ich bin eigentlich durch die Story wirklich straight-up durchgegangen, was ein bisschen Grind war, war, wie die Story einfach dann zu Ende war und man war halt nicht 60. Klar, dann hast du halt nur noch den Tele-Grind, ne? Dungeon-Set-Barm und so weiter. Okay, das ist ja in Ordnung, denke ich, aber ja, so während der Story war das bei mir halt zwei, drei Mal und dann hatte ich auch keine Lust mehr. Okay, interessant. Gut. Ja, die Diablo 4-Beta hat ja begonnen jetzt, vor, ich würd' sagen, gestern oder vorgestern, heute ist der 23. Ähm. Ja. Ich hab bisher nur Gutes gehört, muss ich sagen. Also ich, ähm, ich hab ein bisschen Reddit gelesen, ein bisschen YouTube-Videos konsumiert, aber da hat keiner irgendwie ein schlechtes Wort über Diablo 4, also es ist ja eine Endgame-Beta, ähm, über Diablo 4 verloren. Hast du irgendwas gehört? Ja, also ich hab durchwegs auch nur, äh, Positives gehört, ähm, haben ja sogar ein, zwei Leute, mit denen ich Diablo Immortal zock auch und Beta-Zugang, die haben auch eigentlich durchwegs, äh, was ich mit dir gequatscht hab, positiv berichtet. Man kann halt nichts über die Story sagen, weil wie du sagst, nur Endgame-Beta, ne? Also keine Story-Elemente drinnen, kein Gornips. Ja. Aber, das, was ich schon mitbekommen hab, war eigentlich durch die Bank auch nur positiv, äh, und das Überraschende ist, sie dürften schon relativ weit sein. Ich denke auch, ähm, wenn wir grad dabei sind, wie weit sie sind, ähm, ich habe, ähm, ich habe gehört, dass im Dezember die Diablo, also sollte man Diablo 4 vielleicht vorbestellen können. Meinst du das realistisch, wenn das irgendwie so Anfang des Jahres rauskommen soll, oder März, Mai irgendwie so in dem Bereich? Ja, also wenn sie tatsächlich, ähm, den Release mehr zalten wollen, dann glaube ich auf jeden Fall, dass sie im Dezember eine Open Beta machen, weil dann haben sie einfach drei Monate Zeit, drei bis vier Monate, äh, Open Beta Stress-Tests und so weiter, Server-Tests, ne? Ähm, etwaige Bugs oder sonstiges noch fixen, Feedback ein bisschen annehmen. Wobei die Open Beta soll, glaube ich, im Januar, ähm, am Anfang, Mitte. Okay. Ja, wird passen. Das Einzige, was ich an dem Zeitplan ein bisschen komisch finde, ist, dass er ja schon sehr, sehr hart eigentlich mit Dragonfly kollidiert, ne? Ja, das stimmt. Und Dragonfly werde ich auch spielen, aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Ja, ne, klar, das machen wir auch noch extra, aber ich meine nur, also, ich, ich finde es ungewöhnlich, dass sie zwei so große, ähm, Releases so knapp kollidieren lassen, ne? Ja, wobei Dragonfly kommt ja Ende November, oder ja. Ist der 20. glaube ich, ne? Genau. Oder 16. ja, irgendwie so. Irgend so was, ja. Aber wenn, wenn jetzt, ja, nur vier im Mai rauskommt, dann ist das ein halbes Jahr, ja gut. Dann hat man vielleicht den ersten Raid gemacht in COW. Ja, wobei, ja, also das ist eh ein Thema für einen anderen Podcast. Das heißt, die Frage ist halt, wann starten sie mit den Raids, wenn sie Ende November releasen, Weihnachtszeit und so, ne? Aber. Ja, wahrscheinlich danach, ne? Wahrscheinlich erst nach der Weihnachtszeit, die Raids, ja, hm, bis Ende des ersten Raids oder mitten in den ersten Raids halt reinlaufen, je nachdem, ne? Ja, also auf jeden Fall ist es, also so wie es jetzt aussieht, realistisch, dass schon irgendwie, ja, bis zur Jahreshälfte quasi released wird, oder? Ja, also ich denke auch, dass irgendwann zwischen März und August kommen wird. Ich glaube nicht, dass es später kommt. Ähm, ja, die haben halt einen riesen Hype, die, ja, den wollen sie, glaube ich, auch mitnehmen. Alle sind Hyped auf das Game, oder? Also, jeder wartet nur noch. Ja, egal, was sie da machen, das wird auf jeden Fall ein Rekordverkauf von Blizzard, also egal, was sie da jetzt noch verkacken, wo wir gerade beim Verkacken sind. Wir hatten ja gerade über die Immortal gesprochen und die Echtgeldpreiserhöhung. Ähm, wie stehst du zu Mikrotransaktionen in Diablo 4? Ähm, also ich sehe das eigentlich relativ positiv sogar, weil es gibt ja gute Beispiele, wo man sieht, wie Mikrotransaktionen funktionieren können, ohne dass es Pay-to-Win ist, ne? Ähm, ja. Ja. Ja, gehen wir davon aus, dass irgendwo zwischen 60 oder 80 Euro kosten wird, das wird man schon zahlen müssen, ja? Ja. Ähm, aber damit sie halt regelmäßig Content und Update bringen, wollen die natürlich auch Kohle verdienen. Und wenn die das so verdienen, dass man sagt, hey, man gibt ihnen für Cosmetics, ähm, Geld, da bin ich persönlich auch gern bereit dazu, wenn es coole Cosmetics sind, ja? Habe ich noch in jedem Team, wo es das gab, gemacht, wo ich halt bei Diablo 4 wirklich ein Problem damit hätte, ist so wirkliche Pay-to-Win-Elemente wie in Immortal, also ich hoffe nicht, dass sie sich da jetzt ein Beispiel genommen haben, weil es in Immortal ja gut funktioniert hat, ähm, haben sie aber eigentlich auch schon mehrfach verneint, oder? Ich meine, das hast du auch mitbekommen, da gibt es ja tausend Aussagen von Blizzard, wo sie sagen, nee, nee, machen wir auf keinen Fall. Ja, aber eigentlich bei Immortal auch gemacht und dann haben sie noch den Umweg mit den Diamanten oder Edelsteinen da gebracht. Das stimmt, glaube ich, ich glaube, wenn sie das machen, dann können sie das Diablo-Franchise auch einfach begraben, wenn sie das in 4 machen. Das wäre der einzige Grund, warum einige Leute das eventuell nicht kaufen würden, wobei ich aber, selbst wenn sie es machen, glaube ich einfach, dass es trotzdem ein Hit, also, ja, glaube ich einfach. Wie bei mir und Diablo Immortal, also ich, mir war es egal, ob da irgendeiner was kauft, also genauso wird es bei mir und Diablo 4 auch sein, wenn es vielleicht nicht ganz so lange spielen, kann sein, aber ich werde es mir auch kaufen, denke ich, ja. Das ist so traurig, dass ich das anhört. Ja, ich finde, ich hätte es mir auch auf jeden Fall kaufen, also das ist das eine Frage. Ich finde halt durch das Pay-to-Win, ich kaufe, ich habe es dir schon mal auch oft erzählt, ich gebe ein bisschen Geld aus, ich kaufe mir den Battle Pass in Immortal, ich kaufe da ab und an mal für ein paar Euro eine Kiste, wo halt ein bisschen Stuff drinnen ist. Upside Release, weiß nicht, 250, 300, 350 Euro drinnen, ja, ich weiß es gar nicht genau. Das ist auch okay, das ist für mich auch kein Pay-to-Win, das ist ein bisschen Kohle ausgeben, weil das ist im Monat 30, 40 Euro, ja. Das ist okay für mich persönlich, das muss aber jeder für sich wissen, ja. Was mich aber limitiert, in Immortal zum Beispiel, ist, ich habe angefangen mit dem Baban, habe dann im Klassenwechsel auf den Mage gewechselt. Ich würde gerne beide Klassen spielen, aber beide Klassen zu spielen mit der Pay-to-Win-Mechanik ist einfach ohne massiven Geldansatz unmöglich mit den Games, ne. Und das ist das, was ich ein bisschen schade finde, weil das macht Diablo aus, ich meine, du hast ja auch 1, 2, 3 gespielt, du hast auch bestimmt immer mehr als eine Klasse gespielt, ne. Ja, auf jeden Fall wohl ich, wobei ich mich schon auf eine fixiert habe, aber, ja, ich habe auf jeden Fall andere Kassen getestet. Ja, klar, Main und Wings, ne, genau. Und ich würde auch mehr testen, also ich glaube sogar bei Immortal ist ja der Battle Pass auf die Klasse bezogen, ne, nicht auf das ganze Spiel, oder? Nee, nee, der Battle Pass ist auf die ganze, ähm, auf den ganzen Account bezogen, der funktioniert accountweit auf jeder Klasse, die du hast, aber die Legendary Games, die du hast, sind nur auf der Klasse und das ist das, was halt das Geld kostet, ne. War das früher nicht anders mit dem Battle Pass? Haben die das vielleicht nachgefixt? Das kann sein, ich habe am Anfang auch gehört, dass der Battle Pass charakterbezogen ist, das Einzige, was im Battle Pass charakterbezogen ist, du hast im Battle Pass immer Cosmetics drinnen, ein Waffen-Offense-Set zum Start und ein Rüstungsset bei Level 40. Und dann kriegst du ja nur noch über Level 40 immer dieselbe Belohnung, davor sind es individuelle Belohnungen, wobei, jedes, jedes Season dieselben individuellen Belohnungen, außer die Cosmetics, aber egal, ja. Ähm, und die sind auch charaktergebunden, das heißt, der Charakter, mit dem du die erstmalig einlöst, die Cosmetics, auf dem sind sie verfügbar und auf kleinem anderen. Das heißt, den coolsten Cosmetics, diesen Platzkin zum Beispiel, habe ich jetzt auf meinem Barbaren, ich spiele aber keinen Barbaren mehr, weil ich umgewohlt habe auf Mage, dort habe ich ihn nicht. Da sind sie ein bisschen schade. Und da sind sie auch wieder komisch, auf der einen Seite wollen sie Geld verdienen, auf der anderen Seite, ich habe gesagt, für Cosmetics würde ich Geld ausgeben, der gefällt mir, den kann ich kein zweites Mal nicht mal für Geld kaufen. Also das haben sie ganz, ganz komisch gemacht. Ja, eins ist sicher, die Art Bluff wird auf jeden Fall abkassieren, denke ich. Guck mal, das wird ein Echtpreisspiel, da haben sie die Produktionskosten auf jeden Fall, denke ich, mit raus. Dann wird es Mietdrucktransaktionen geben, also Pferde, Klamotten, ähm, was auch immer. Ähm, dann wird es Erweiterungen geben, so wie es im Moment feststeht, ne, also ganz normale Add-ons. Und dann wird es wahrscheinlich einen Battle Pass geben. Also... Das ist doch schon zu 100% bestätigt, oder? Ja, ich glaube auch, ja. Ähm, und, also die werden auf jeden Fall fünffach abkassiert oder vierfach, also das ist schon krass, ne. Also, wenn die da nicht ordentlich liefern, also die müssen dann liefern. Bleibt dann gar nichts anderes zu machen. Auf jeden Fall. Ja, liefern müssen sie definitiv. Ähm, wie gesagt, Battle Pass finde ich, so wie ich es bisher gelesen habe, in Diablo 4 gar nicht schlimm, weil du halt einfach keine, ähm, ja, weil du einfach kein P2W hast, weil du nicht Sachen bekommst, die du nicht auch auf anderen Wegen bekommen kannst. Bekommst du Sachen leichter? Ja, klar. Bekommst du den Battle Pass wahrscheinlich. Mögen es Crafting Mats oder sonst das sein, das wird sich ja dann erst weisen, wenn wir es wirklich sehen, ne. Oder auch Cosmetics, ähm... Aber es ist doch, ich, wie gesagt, was du eben auch sagtest, ähm, du findest es sehr positiv. Ich auch, weil ich würde ja gerne Diablo länger spielen und ich möchte, dass sie mir da, was weiß ich, alle zwei, drei Monate neuen Inhalt, ähm, präsentieren. Und, ähm, ja, ich, na gut, ich muss jetzt nicht so viel ausgeben, aber Battle Pass werde ich mir auch holen, wenn ich es aktiv spiele, klar. Ähm, das wäre so mein Support. Und ich, ja, wie ich mich kenne, werde ich da auch das eine oder andere kaufen, so, ja. Das sagt einfach die Erfahrung. Ah, das ist ja auch, das ist ja halt klar, die Erfahrung ist bei mir auch. Ich meine, du hast ja auch, ich hab's bei PoE gesehen, ich spiel gar kein PoE mehr, und habe bei PoE sicher auch 500 Euro in Skins, denn ich meine, das Spiel ist lange raus, aber trotzdem, ne? Man gibt ja halt mal da und dort Kohle für ein Skinhaus. Du kennst wahrscheinlich eher von Shootern oder so, da wirst du auch den ein oder anderen Skins mal ein paar Sonne, das ist so. Lol, da was. Arzton, Alter, das kann ich erst anfangen. Aber... Na gut, komm, ja. Ja. Kommen wir von der Mikrotransaktion mal, ähm, zu einem Thema, was mich, wo ich mich, äh, frage, wie du das siehst, oder wie du dazu stehst, und zwar PvP. PvP? Ja, in Diablo 4. Also Player versus Player. Ähm, was weiß man denn darüber im Moment? Ähm, hat man da schon genaue Sachen? Ich, ich, nur im Hinterkopf irgendwas mit Ohren sammeln, dann, wenn du da genug irgendwie Schaden gemacht hast, dann, dann können dich alle auf der Map in diesem, in dieser, ja, in dieser Gegend sehen, dann musst du aber erst noch irgendwas verbrennen. Ich, ich, ich hab mich da ehrlich gesagt nicht so schlau gemacht, weil ich PvP in Diablo 4 irgendwie ein bisschen, ähm, ja, weiß ich auch nicht, ich kenn's halt aus den anderen alten Teilen nicht wirklich, und kann natürlich auch gut sein, weiß ich nicht, ich werd's auf jeden Fall testen. Ähm, aber wie stehst du denn so zu PvP in Diablo 4? Also, ich hätt gern vernünftiges PvP in Diablo 4, ähm, ich hab auch noch nicht viel gehört, muss ich auch dazu sagen. Ich hab auch gehört, dass die Ohren zurückkommen aus Diablo 2, dass wir die Ohren sammeln, und das ist ganz nice. Ist halt eine coole Reference an Diablo 2, das find ich auch okay, ja. Ähm, ja, schau, ich find, sie haben, ähm, eigentlich eingangs cooles PvP in Immortal gemacht, haben gezeigt, dass sie grundsätzlich PvP in Diablo umsetzen können. In Immortal ist es halt eine Pay-to-Win-Shitshow, das ist ein bisschen das Problem, ja. Aber wenn der Pay-to-Win-Faktor wegfällt, und wenn's dann skill-lastig wird, rein von dem her, wie sie's aufgebaut haben, ist es eigentlich ganz okay. Also, da haben sie gezeigt, dass sie's besser können als in Diablo 3, wo's effektiv zwar ein Battleground gab, aber der, ja, wie oft warst du da drinnen? Gar nicht, weiß ich nicht. Ja, also ich war da vielleicht fünfmal drin, und ich bin eigentlich ganz PvP-affin in den Games, die ich spiele, ja. Ja. Ähm, aber das war halt einfach PvP, da gehst du rein, hast dich auf den Kopf, da wird nix gebalanced, das ist einfach eine Zone, da können sich Spieler gegenseitig angreifen, fertig. Ja, so war Diablo 3 PvP. Ähm, ja, ich glaub, dass sind Diablo 4 sehr, sehr viel mit PvP machen können, einfach auch durch die, ähm, MMO-Elemente, die sie reinbringen, ne? Ich mein, es ist ja kein reines Hack-and-Slay mehr, ne? Okay. Ja, es hat einfach viele MMO-Elemente, das heißt, du kannst auf Gilden-Basis natürlich so, äh, Gilden-Schlachten machen, ähm, du kannst natürlich auch im Einzelspieler-Bereich, äh, PvP machen, die müssen halt ein bisschen was besser machen, als sie es jetzt gemacht haben, weil zum Beispiel was in Immortal nicht geht, du kannst nur random PvP queuen, du kannst nicht sagen, ich geh mit einer 4er- oder 8er-Party rein und mach, ähm, PvP mit meinen Jungs, sondern du wirst einfach immer random zugelöst. Mhm, okay. Das ist halt ein bisschen komisch, das müssen sie definitiv ändern, weil das macht halt PvP ein bisschen auch, äh, ne? Ja, langweilig, ich mein, PvP lebt davon, dass du dich mit deiner Gruppe irgendwie abstimmst, oder? Meiner Meinung nach. Ja, ist so. Was ich noch irgendwie so in Erinnerung hab, ähm, ist nicht das direkte Gegeneinander antreten, ähm, Kampf, sag ich jetzt mal, sondern, dass es so auch so Dungeon-Races geben soll, also das heißt, ähm, eine Gruppe startet oder zwei Gruppen starten gleichzeitig in einem Dungeon und wer den zuerst durch hat zum Beispiel. Ja, 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 warte mal, da hab ich auch, ich mein, da gibt's, glaub ich, noch keine, nicht mehr Infos dazu, als das, was du bisher gesagt hast, ne? Ja, genau, denke ich auch. Aber sowas finde ich das auch interessant. Das ist schon interessant. Ja, das ist halt eine Mischung aus, äh, PvE und PvP-Content, dann, ne? Weil du spielst eigentlich im PvE-Dungeon, aber spielst du halt gegen die Zeit von einer anderen Gruppe und musst dich halt trotzdem dann bestmöglich aufstellen. Erinnert ein bisschen an, wie heißt es bei WoW, ähm, Mythic Dungeon Race, oder? Ist das auch nicht sogar so? Mythic Dungeons, genau. Und da werdetst du dich nicht zwar nicht direkt, aber vielleicht ist das ja auch so, indirekt, vielleicht muss man das ja auch nicht gleichzeitig machen, das heißt, da läuft einfach ein Timer mit wahrscheinlich und nachher sieht man einfach, wer diesen Dungeon am schnellsten geschafft hat, auf welcher Stufe wahrscheinlich. Ja, also das stimmt nicht gegen Team im Speziellen. Ich mein, nein, ich mein, ähm, ja klar, Mythic Dungeon heißt in WoW, aber da gibt's ja auch immer dieses Event, dieser, äh, Mythic Dungeon Cup oder Raid und so, wo die wirklich live gleichzeitig nebeneinander anfangen. Achso, ja, das sind die vielen Allspieler, genau. Ja, 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 genau. Genau, da musstest du dich aber erstmal so qualifizieren, ja. Stimmt, aber vielleicht wird der Modus so in die Richtung, wäre halt ganz, das wäre ganz interessant, ne? Ich glaub ja auch, ähm, die Mythic Dungeons in WoW kommen ja auch aus Diablo 3, ne? Ich glaub, die kamen erst nachdem Diablo 3 das fortwährende Leveln eines Dungeons gemacht hat. Das ist zwar schon echt lange her, ich glaub, Diablo 3 ist ja fast elf Jahre alt. Ähm, aber ich glaub, danach kam, ähm, Legion raus und dann haben die erst die Mythic Dungeons eingeführt und, ja, die haben das aus Diablo sogar. Also wenn Diablo da nochmal einen draufsetzen könnte, wäre natürlich auch cool. Das wäre cool, weil ich mein, sie haben die Mechanik zu übernommen, aber in Diablo 3 war sie halt so, nicht so gut umgesetzt in WoW, oder? Also, ja. Ja, ich hab's nicht so viel gespielt. Ich hab ja auch schon wieder einmal eingeführt. Aber das war doch der Grund, warum man die Rifts gemacht hat, oder? Immer höher, immer höher. Immer schwerer, ähm, auch natürlich besseren Lootern und immer gegen die Zeit, ne? Ähm, ich glaub, es gab, ich hab jetzt schon ewig keine Seasons mehr gespielt. Ich glaub, ich bin seit fünf oder sechs Seasons raus bei Diablo 3. Aber irgendwie war das Cap dann bei 150, glaub ich? Ja, okay. Oder so. Und, ähm, ja, aber es war halt eher, das muss man ganz klar sagen, es war eher Solo-Content, war auch da, dass man konnte zwar gemeinsam spielen und man konnte es in Gruppen spielen, aber das war eher was für die Hardcore-Paragon-Grinder, die, ich weiß nicht, viel gespielt haben, ne? Aber ansonsten hast du halt geschaut, dass du Solo mit deiner Klasse in der Rangliste so hochpusht wie möglich. Ja. Aber es war halt nicht rewarding genug irgendwie. Das müssen sie halt machen. Nee, genau, das, ja, da müssen sie sich auf jeden Fall was einfallen lassen, weil sonst, warum soll das man machen, ne? Man steht zwar in der Rangliste da irgendwo, aber, ja, hat auch keinen interessiert eigentlich. Ja, absolut nicht. Ähm, fangen wir mal von PvP weg zu einem erfreulichen neuen System, einem Paragon-System. Ähm, das gab's zwar in Diablo 3 auch schon, aber, ähm, wir haben das jetzt dann nochmal überarbeitet, ne? Äh, es sieht ganz anders aus, du hast noch ganz andere Auswahlmöglichkeiten, man muss sich das so vorstellen wie so ein Kachel-System, ne? Ähm, ähm, in diesem, also ich glaube, ähm, das startet auf Level 50. 50 ist, glaube ich, das Maximal-Level, ne, gar nicht mehr, 100, Level 100 ist das Maximal-Level, und ab 50 startet das Paragon-Level, und du bekommst für jedes Level 4 Paragon-Punkte. Und du kannst in diesem Paragon-Board, kannst du quasi dann immer für jedes Level 4 Punkte setzen, und du kannst halt dahin gehen, wo du hin willst, entweder zu verstärkten, magischen Kacheln, die dann etwas mehr für deine Zauber bringen, oder zur legendären Kachel in der Mitte, die vielleicht dann auch einen ganz neuen Spell gibt, das weiß man alles noch nicht ganz genau. Ich finde diese Idee halt ziemlich nice, dass man halt selber, ähm, so ein Board oder so, so ein Weg gestalten kann. Äh, also ich liebe es halt auch, das Rumprobieren. Klar, am Ende hat man natürlich wieder die stärkste Klasse mit dem stärksten Board, und, ne? Ja, aber ich glaube, dass sie das besser machen können jetzt, dass sie es bisher gemacht haben, weil sie eben, dadurch, dass sie zwei solche Systeme haben, einmal das, ähm... Verlentebaum? Ja, den ganz normalen Verlentebaum, genau. Ähm, der ja auch endlich wieder ein Verlentebaum ist. Ja, mega. Ähm, und zusätzlich der Paragon-Tree, ähm, das sind halt so viele Kombinationsmöglichkeiten, ja, dass ich glaube, es muss gar nicht bei jeder Klasse die stärkste Klasse geben, sondern vielleicht gibt es dann auch drei, vier, fünf Bilds, die auf derselben Stärke-Skala sind, oder mehr vielleicht sogar, wenn man träumen darf, ne? Ja. Ähm, weil ich meine, klar, das ist halt immer schon Edson, wenn jeder immer dasselbe spielt, mit denselben Items, mit denselben Spells, mit denselben Runden, das ist natürlich, äh, ja, langweilig, irgendwann. Und ich glaube, da haben sie echt eine Chance, das besser zu machen, definitiv. Ja, die Auswahl muss halt groß genug sein, ne? Weil, ähm, früher in, um nochmal WoWs aufzugreifen, früher in WoW gab es ja auch noch diesen Talentbaum, der kommt jetzt auch demnächst wieder, ähm, aber da hat man am Ende natürlich auch immer so geskillt, dass man halt entweder Single-Target hat oder AOE, da gab es halt am Ende auch nur einen, ne? Aber... Das stimmt, aber ich denke, das wäre jetzt auch so, das wäre in Diablo 4 sich auch so, wenn du jede Klasse einen Talent-Tree hast, gibt irgendwann einfach den, äh, Talent-Tree, der nach Sims oder sonst irgendwas Min-Max-mäßig am besten ist, ne? Aber wenn du dann eben noch den Faktor Paragon-Tree dazu hast, dann können sich da eben Sachen bewegen, ne? Ich denke auch, und wenn die die Seasons, wollen sie ja auch reinbringen wieder, ähm, wenn die da Seasons so ändern, dass du halt vielleicht umskillen musst, wie auch immer, ähm, das nachher sein wird, wie man umskillen kann, weiß man, glaube ich, noch gar nicht, ähm, dass man dann halt gezwungen ist, halt auch milder was anderes auszuprobieren, oder, dass das sowas, ja, ich mag das, also das ist schon cool, irgendwie da ein bisschen zu testen und selber ein bisschen herumzuspielen, ja. Absolut, ja, finde ich auch gut. Gerade den, ja, also, sorry, ich finde es auch gut, dass sie mit Paragon nicht erst mit, äh, Endgame-Max-Level anfangen, sondern schon davor, das, äh, gibt dir schon die Möglichkeit, da ein bisschen rumzuexperimentieren, bevor du Max-Level bist, ne? Das finde ich auch ganz cool, dass sie Paragon schon auf 50 freischalten. Ja, finde ich auch. Wo du gerade den Talent-Baum angesprochen hast, ähm, es soll ja, wenn, also es gibt ja beim Talent-Baum einmal den oberen, die, die Äste, wo dann halt, ähm, ich glaube, was war denn da noch, ähm, bei den Ästen, das schaltet man, glaube ich, unter anderem Skills frei und, ähm, Verstärkung für deine Zauber. Und, und dann gibt's noch diesen Wurzelbereich und, was war da nochmal? Ich bin mir gar nicht sicher, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall war das eine, also du kannst einen Punkt oben reinsetzen, einen Punkt unten und du machst damit unterschiedliche Sachen. Das, ähm, variiert noch, also das macht die Vielfalt auch noch ein bisschen größer und sowas finde ich halt sehr cool irgendwie. Und sie haben, wir haben gesagt, am Ende, also wenn man auf Level 100 ist, dann hat man, glaube ich, äh, haben, hat man so 30 bis 40 Prozent der verfügbaren Skills freigespielt. Das heißt, du kannst gar nicht alles machen, du musst dich quasi dann auch irgendwie entscheiden, ne? Ja, genau. Das ist, das ist richtig gut. Ähm, ich meine, was da halt ganz wichtig ist, ist, dass sie dir natürlich die Möglichkeit geben, immer umzuskillen, ne? Weil, ja, wenn du da irgendwas probierst, das funktioniert halt nicht, das ist doof, ich meine, da wissen wir alle noch aus Diablo 2, ähm, da gab's halt kein Umskillen, da gab's halt, uh, Punkte falsch gesetzt, Klasse neu hochziehen, ne? Ja, ja, das wird schon irgendwie möglich sein. Wahrscheinlich, dass das Spiel ja toll war, ne? Also Level 95 Hardcore irgendwo verskillt und alles neu. Ne, das wird schon irgendwie möglich sein, denke ich. Ja, absolut. Wie, haben sie, glaube ich, noch nicht gesagt, aber das wird möglich sein. Sie haben sogar schon angekündigt, dass es möglich ist, ähm, aber noch nicht wie, genau. Aber sie haben gesagt, sie geben schon die Möglichkeit, umzuskillen, eben weil es ja nur 30 bis 40 Prozent der Sachen freigeschalten sind. Ähm, klar wollen sie, dass du mehrere Klassen spielst und länger vorm Spiel sitzt, aber, ja, du kannst jetzt nicht von jeder Klasse, du kannst jetzt sechs Paar Bahnen spielen, nur um alles einmal probiert zu haben, ne? Ne, das ist richtig. Ähm, so Sascha, wenn wir jetzt mal spielen, ne, und ich kriege ein richtig geiles Item gedroppt und ich kann das aber nicht gebrauchen, weil ich, weil das eine falsche, nicht für meine Klasse ist. Kennst du dich mit dem Handeln aus? Soll ich das mal erklären oder weißt du, wie das funktioniert? Ich weiß ein bisschen was. Ähm, aber du kannst sicher noch ein paar Sachen ergänzen. Was ich mitbekommen habe, ist halt die normalen, ähm, weiß, blau, gelb sind, glaube ich, ganz normal handelbar. Ähm, da gibt es, glaube ich, keine Einschränkung. Ja, aber dann gibt es... Ja, ich, also ganz genau weiß ich es auch nicht. Ähm, da wurde auch lange nichts mehr zugeschrieben. Aber du hast recht, dann gibt es Items, die nur einmal weitergegeben werden können. Das finde ich eigentlich ziemlich... Ich finde, das, glaube ich, die Violetten oder so müssten es gewesen sein, ne? Ich weiß gar nicht, welche Farben es gibt. Ähm, genau. Und dann gibt es Items, die man gar nicht handeln kann. Das sind die weißen, glaube ich, die... Die legendären halt, die ganz starken, ne? Genau. Ähm, ich glaube, die heißen gar nicht legendär. Legendär kann man, glaube ich, kann sein, dass legendäre nur einmal gehandelt werden können und dann gibt es nochmal weiße Items. Wie heißen die dann nochmal? Ähm, die können, glaube ich... Ach, aber wir werden es sehen. Also da wurde auch schon lange nichts mehr drüber geschrieben. Ähm, hast du irgendwas über Sets gelesen? Weil eigentlich wollen sie ja keine Sets mehr ein. Ähm, genau. Also die Info, die ich habe, ist nicht, dass sie gar keine Sets bringen wollen. Ich glaube, das haben sie sich so ein bisschen offengelassen. Aber sie haben gesagt, sie wollen diese Abhängigkeit, dass Klassen nur funktionieren, wenn man dieses oder jenes Set hat. Das wollen sie halt einfach gar nicht mehr haben. Das heißt, ähm, ja, weiß nicht, kann man wieder nur Diablo 3 nehmen, weil es halt der Vorgänger auch ist, ja. Da war es so, hattest du einen 6er-Set-Bonus, bis hast du halt einfach statt, weiß ich nicht, Qual 7, dann Qual 16 gespielt, von einer Sekunde auf die andere. Ja, wenn du den Set-Bonus 0 hattest, weil du einfach, weiß nicht, 10.000% Damage auf den Skill dazu bekommen hast. Das ist eine absurde Zahl noch zum Teil, ja. Ja, okay. Ähm, das wollten sie nicht mehr. Dadurch soll auch ein bisschen die Individualität wieder angeregt werden, dass jeder so spielen kann, wie er will, weil ja Items auch gewisse Skills verstärken, auch so ein bisschen Diablo 2-mäßig, was ich mitbekommen habe, na, weiß nicht, von mir aus bei der Amazon nicht am Plus-Eins-Auf-Bogen schießen oder so, oder Skills prozentual verstärken. Und das ist halt ganz nice, das ist ganz cool. Ähm, ja, und die ist halt auch wieder dafür, dass es viele verschiedene Beats geben kann. Ähm, und dass auch nicht jeder Char irgendwie, äh, gleich ist. Ja, weil gleich aussehen müssen sie ja nicht durch die Transmox, aber auch nicht jeder Char irgendwie gleich aufgestellt ist, weil es durch die Items sich schon alleine unterscheidet. Es gibt Reittiere in Diablo 4, Sascha. Mhm, richtig geil. Ähm, es gibt denen natürlich, also denen machen wir von Diablo natürlich die Möglichkeit, ähm, Skins für die Reittiere zu, äh, zu kreieren. Und, ähm, die Reittiere soll man genau wie in World of Warcraft auch ausrüsten können. Entweder kriegen die neue Hufen, dann sind sie schneller. Ähm, also die können auch stärkte Boni bekommen, quasi, für die Reittiere. Ähm. Was hältst du dann allgemein von den Reittieren? Ja, also ich sehe das eigentlich positiv, weil ich sage mal, sie würden uns keine Reittiere geben, wenn die Welt nicht groß genug wäre, um sie zu brauchen. Mhm. Was ich natürlich schon mal das sehr, sehr positiv sehe. Ähm, grundschätzlich ist das auch eine Möglichkeit, dass sie, ähm, ihr Spiel wieder finanzieren, weil klar, man kann halt die Standard, äh, Reittiere nehmen, ne? Ja. Ähm, man kann sich aber auch irgendwelche fancy Reittiere dann kaufen, wenn man das will. Und wenn man sagt, hey, das finde ich geil und ich bin dafür bereit, halt nicht x Euro auszugeben, ja, dann ist das fein. Die werden auch sicher wieder so Pakete machen, vielleicht das in den Battle Pass mit reinpacken, das eine oder andere Reittiere. Na, da gibt es ja unendliche Möglichkeiten. Ähm, ich glaube auch, dass wenn sie es bisschen WoW-mäßig machen, dass es gewisse Reittiere gibt, die man irgendwo farmen kann, zum Beispiel, ja, ähm, dass das auch wieder den Wiederspielwert höher macht, weil, sind wir uns ehrlich, wir haben beide viel WoW gespielt, wie viel Zeit haben wir damit verbracht, Reittiere zu farmen, die man unbedingt haben wollte? Ja, das stimmt. Binde dich halt einfach ans Game, ja, und wenn sie das gescheit machen, bleiben die Leute länger dran, es ist halt einfach Content, den sie wieder haben, ähm, ja, also ich finde es cool, ähm, wie sie es dann umsetzen, ich nehme mal an, sie werden es ein bisschen anders umsetzen als in WoW, weil das ist jetzt so, fliegen und so geben soll, davon habe ich ja noch nichts gehört, ne, ich glaube, das soll auch nicht kommen. Danke auch nicht. Noch nicht. Aber so wie das ist, zum Beispiel, ich habe irgendwas gehört, es soll dann so relativ coole Animationen auch geben, wenn du vom Reittier weg angreifst, dass der irgendwie runterspringt, wenn sie das cool aussieht. da ist ja wohl eine andere Animation, das soll wohl ganz cool aussehen, ja. Habe ich noch gehört. Also das auch positiv. Ja, ich denke auch, kann man machen und wir sehen dann, wie es umgesetzt wird, also, jetzt nicht auf jeden Punkt hier eingehen, Sascha, aber wir müssen nochmal über die Shared World reden, also über die Open World in Diablo 4. Ich persönlich finde das ja eigentlich ziemlich gut, vor allen Dingen, weil man sich ja aussuchen kann, ob man, sie benutzen will oder nicht. Also du kannst deine Dungeons mit deinen eigenen Leuten machen, kannst auch die ganze Kampagne Solo spielen, ich glaube, das musst du, glaube ich sogar. Und wenn du hin und wieder mal andere Leute triffst oder halt mal einen Weltboss mit anderen Leuten zusammen machst, so, ich finde das gut. Also, was hältst du denn von der Shared World? Ja, ich finde es auch gut. Ich glaube, man kann zwar die Kampagne sehr wohl auch in der Gruppe spielen, also wenn ich mit, wenn wir beide am selben Server anfangen und ich lade dich ein und dann spielen wir halt die Kampagne gemeinsam, das geht schon, glaube ich, aber man trifft halt während der Kampagne weniger random Leute unterwegs, eben nur in diesen speziellen Gebieten, wo auch Weltbosse oder so sind, klar. Ja, ich finde es gut, wenn sie es gut umsetzen, da haben sie aber auch wieder mit Immortal was, wo sie lernen können, weil Immortal war es ja am Anfang zum Beispiel so, gibt es eine Fähigkeitsgrad normal und dann Hölle 1 bis 5 und ab Hölle 2 war es so, dass du zum Beispiel nur mit 4 Mann in einen Dungeon gehen konntest, was halt speziell, da die Serverpopulation hier abnimmt, am Abend, nachts manchmal schwierig war, wenn man ein bisschen später zockt, dann haben wir geändert, dass man zum Beispiel jetzt zu zweit rein kann, allerdings Fähigkeitsgrad bleibt genauso, wenn man 4 Spieler wäre, das ist halt die Downside, was ich aber auch okay finde, aber ich sage mal, sie müssen halt die richtige Mitte finden, dass man sehr wohl, auch wenn man sagt, ey, ich habe heute einfach keinen Bock auf Social Interactions, ich will halt ein paar Dungeons alleine laufen, dass ich die Möglichkeit habe, genauso aber sagen kann, ey, ich schnappe mir drei Kumpels und laufe mit denen die Dungeons, dass sie zwar natürlich skalieren, wie es mit den Belohnungen und so ist, aber die Möglichkeit soll es geben, dass man sowohl das eine als auch das andere hat. Wenn du das gut hinbekommen, ist es sehr, sehr cool. Ich denke auch, also auch wir haben heute noch nichts wirklich irgendwas Negatives gefunden, also mir gefällt bisher alles, also bis auf PvP-Flecken bisher, aber da müssen wir mal gucken, wie die das umsetzen, mir gefällt wirklich alles, was sie so bisher uns in Aussicht gestellt haben, das ist schon ziemlich cool. Jetzt nochmal Sascha, es gibt zum Start von Diablo fünf unterschiedliche Klassen, den Barbar, die Zauberin, die Jägerin, die Beschwörerin und der Druide, beziehungsweise man kann sich ja aussuchen, welches Geschlecht die haben sollen. Hast du dir schon überlegt, welche Klasse du in Diablo 4 als erstes spielen wirst? Ja, zu 99% wie bei jedem Diablo werde ich mit dem Barbar starten, natürlich. Klar, also ich werde mit dem Barbar starten, wobei ich habe mir auch schon überlegt, mit der Zauberin, Magierin zu starten, ja, weil ich die auch in jedem Diablo noch sehr, sehr gern gespielt habe. Bei mir wird es wirklich auf mehrere Klassen hinauslaufen, weil es gibt eigentlich keine Klasse, die mich so gar nicht interessiert. Druide schaut natürlich auch sehr, sehr fein aus, ist irgendwie was ein bisschen Neues, so jetzt auf Diablo 3 bezogen und auch auf Immortal. Ja, es fehlen natürlich auch ein paar Klassen, das ist auch wieder eine gute Möglichkeit, Content nachzuliefern. Ja, Thema Hexen-Doktor. Werden die es safe auch machen. Wären sie ja schön blöd, wenn sie es nicht machen. Wenn wir, also, ich weiß auch ehrlich gesagt noch nicht ganz genau, mit welcher Klasse ich starten werde, auch Zauberin oder Jägerin, eine von beiden wahrscheinlich. Mal schauen. Jetzt, wo du gerade das erwähnt hast, werden sie eventuell reinbringen. Wir kämpfen ja, Diablo 4, glaube ich, in der Story gegen Lilith, ja? Genau. Meinst du, in irgendwelchen späteren Erweiterungen, ich weiß gar nicht, ob sie es auch schon bestätigt haben, das bin ich mir nicht ganz sicher, kommt noch mal Diablo zurück, dass sie den irgendwie wiederbeleben und dass wir ihn dann noch mal töten müssen? Die haben es angedeutet, haben bestätigt, wer übertrieben, glaube ich, also zumindest, dass mein Wissensstand ist, aber sie haben es auf jeden Fall angedeutet in Form von, dass, glaube ich, irgendeiner der Producer irgendwo gesagt hat, naja, in Diablo 3 wurde ja eigentlich der Seelensplitter, in dem Diablo gefangen war, zerstört, ne? Das heißt, eigentlich kann er jederzeit irgendwo auftauchen. Wenn sie sich was ausdenken, quasi. Ja, das tut mir auch. Das können sie machen. Ich gehe auch davon aus, dass sie das machen werden. Ja, es gab noch in jedem Teil Diablo. Und wenn sie es nur als, weiß ich nicht, sowas wie über Diablo in Diablo 2 bringen oder so, ne? Aber irgendeiner Form wird Diablo schon kommen. Ich finde es aber auch cool, dass wir als großen Endboss jetzt mal Lilith haben. Ja, aber was anderes. Schaut ja auch in den Trailern und so auch ultra nice aus, ne? In den ganzen Cinematics und so, also, ja. Wird cool. Wird cool. Und ist auch mal was anderes, genau. Auf welchem... Aber ich glaube, Diablo eben definitiv. Ich denke auch. Irgendwann, früher oder später, wenn keiner mehr Diablo spielen will, dann bringen sie nochmal die Erweiterung mit Diablo. Damit die Leute wiederkommen, genau. Auf welchem Endgerät wirst du denn Diablo 4 spielen? Ja, ich weiß ja, du spielst auf dem PC. Worauf ich hinaus wollte, ist halt, dass es halt auf allen Konsolen zugänglich sein wird, ne? Also auf der Wii, glaube ich. Ja, genau, auf der Wii. Vielleicht bringen die das ja danach noch. Also Switch, meinst du, ne? Ah, Switch, also nicht Wii und Switch, genau. Ja, probably. Ich meine, sie haben ja Diablo 3 auch auf der Switch gehabt, ne? Oder haben sie noch, ne? Haben sie noch, ja. Und da ist es auch ganz gut. Also, der Couch-Corpus kann man gut spielen. Hast du schon gezeigt, ja? Ja. Okay. Kann man ganz gut spielen. Also wie gesagt, auf allen gängigen Konsolen, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und S. Ja, das waren ja alle gängig. Und das Geile ist ja, dass die anders als bei, Diablo 2 Resurrected jetzt, dass man wirklich auch gleichzeitig miteinander spielen kann. Also wenn ich jetzt, was weiß ich, ja, wenn ich jetzt auf meiner PS5 spiele und du auf dem PC, dann können wir auch tatsächlich zusammenspielen, ne? Und das wird halt irgendwo global im Battle.net wahrscheinlich gespeichert. Und wenn du dich dann auf dem PC einloggst wieder, also ich jetzt in meinem Fall, dann könnte ich da meine Daten wieder laden. Also Crossplay und Crossprogression, wie man das schon so schön sagt, wird das Spiel auch haben. Das ist doch richtig nice. Das ist richtig geil. Genau, da hatten sie jetzt auch Zeit mit Immortals schon zum Üben. Ich kann nahtlos vom Tablet auf den PC switchen, kann mit Leuten spielen, die am Handy sind, am PC sind, gleichzeitig. Genau, also das ist alles fein. Das wird da auch so sein. Das ist cool. Gibt denen aber natürlich auch ein bisschen eine Aufgabe, weil ich sage mal, gerade, um auf das vorige Thema PvP nochmal ganz kurz zu kommen, ein Balancing zu finden, wo Maustastaturspieler und Tastaturspieler nicht unendlich weit vor Controllerspielern sind, wird eine Aufgabe für die. Ja, aber das ist doch bei jedem Spiel so. Ich wundere mich immer, wie die ganzen Shooterspieler auf der PS5 spielen oder PS4 spielen können. Also Controller bei Shootern ist ein Logo eigentlich. Das ist für mich absolut. Ich sehe das auch so. Sascha, jetzt habe ich noch zwei Fragen und da müsstest du mal eine Schätzung abgeben. Und zwar, was glaubst du, wann kommt die erste Erweiterung und wann wird Diablo 4 released? Mir würde der Monat und das Jahr reichen. Und dann hören wir uns das nochmal an, wenn wir, wenn es so weit ist. Ich sage danach meine Schätzung. Das machen Sie im Release. Okay. Ja, so Release habe ich ja vorhin schon ein bisschen angedeutet. Ich schätze mal auf jeden Fall 2023. Zwischen, ich glaube, es kommt zwischen März und Mai. Wir Richtung Ende, mehr genau, also Richtung, sagen wir mal, nehmen wir die Mitte und sagen wir, es kommt im April. Schenken Sie mir zum Geburtstag, dass es kommt. Du sagst April, okay. Ich sage, ich würde Mai sagen. April, du sagst Mai, okay. Und die erste Erweiterung, das ist halt eine ganz, ganz schwere Frage, weil es wirklich darauf ankommt, wie viel Content liefern sie uns am Anfang mit. Und vor allem, reden wir jetzt von dem ersten, die wollen ja Content-Patches machen und wirkliche Erweiterungen. Redest du wirklich von einer Erweiterung, die du bezahlen musst? Ja, sowas, was 20, 30 Euro kostet, sowas, so eine Erweiterung. Ah, okay. 12 bis 18 Monate nach Release. Also im Jahr 1,5. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass die ins Game rein starten werden und mindestens zwei fertige Erweiterungen in der Schublade haben. Ja, zumindest eine gehe ich auch von aus. Ein bis zwei. Oder eine fertige, eine, die schon in Arbeit ist oder so. Gehe ich tatsächlich auch von aus. Und deswegen sage ich eigentlich noch dieses, also nicht dieses Jahr natürlich, sondern kein Jahr bis, bis nach dem Release. Oha, okay. Also du sagst länger als ein Jahr und ich sage weniger als ein Jahr. Ja, genau. Darauf können wir uns einigen. Ich glaube wirklich, dass die so schnell bringen. Ich glaube, weil eine Level 100 und Endgame-Content und da bist du so lange beschäftigt erst mal mit Paragon und so. Ja, keine Ahnung, sehen wir ja. Das ist jetzt ja nur meine Schätzung. Ja, das schon. Ich bin gespannt. Hast du noch irgendwas, was du loswerden willst zum Thema Diablo? Ja, im Prinzip, wenn man was Negatives finden kann, ist, dass es noch nicht da ist. Ja, das stimmt. Ja, ansonsten. Also wie gesagt, ich habe das schon lange nicht mehr beim Game gehabt, dass durch die Bank alles von allen und auch von allen Leuten, die sich wahrscheinlich sogar mehr damit beschäftigen als jetzt ich, durchwegs das Feedback nur positiv war. Die einzige Angst, die halt irgendwie kursiert, ist, dass sie sich eben an Immortal orientieren. Das haben sie verneint. Wenn sie das auch einhalten, dann wird es halt ein richtig geiles Game. Ich meine, ich habe das, guck dir Dragonfly an, da gibt es halt positive, negative Stimmen. Das gibt es halt immer bei irgendwie Blizzard Games und Diablo 4 hat das halt gar nicht. Also diese Negativ-Sachen halten sich echt in Grenzen bis sind nicht existent, ne? Nee, stimmt, richtig. Und deswegen, das, ja, es wird stark, es wird gut. Ich werde mir Urlaub nehmen zum Release und dann gucken wir mal. Ja, ich wahrscheinlich auch. Ja, auf jeden Fall. Einzige, was man noch gucken muss, weißt du da schon was? Das können wir vielleicht noch kurz bequatschen. Weiß man schon, was für System-Anhalt-Forderungen Diablo 4 haben wird an dem PC? Wissen wir da was drüber? Nee, habe ich tatsächlich noch gar nichts gelesen. Ich habe auch nichts gesehen, weil ich glaube, dass das echt noch so ein bisschen Punkt werden kann vielleicht, ne? Ja, gut. Aber wenn es auf dem PS5 laufen soll, dann läuft es auch auf dem Mittel, das ist der PC, also. Meinst du, dass die das nicht skalieren, einfach? Ja, bei der PS5 hast du keine Wahl, da musst du mit dem Spiel, was du kriegst, aber auf dem PC könntest du es ja dann runterdrehen auf PS5-Settings oder so. Ja, da mache ich mir ehrlich gesagt weniger Gedanken. Mein PC ist gut genug, aber ja, klar, also wenn du natürlich eine alte Gurke hast, Sascha, dann musst du noch aufrüsten, ne? Das heißt, alte Gurke ist halt acht Jahre alt, ich kann halt WoW in höchsten Einstellungen problemlos spielen, ja, also das ist nicht mein Thema, ich werde mit Diablo hier hinkommen. Aber den will ich mir sowieso einen neuen kaufen, ich habe es erst vor Fun vor kurzem mal einen PC in den Warenkorb geworfen, dann habe ich Lotto gespielt und ihn wieder weggetan. Nee, aber Quatsch, ich meine, der PC, den man halt wirklich haben will, wo man sagt, mal zehn Jahre Ruhe, der kostet halt dann noch drei, viertausend Euro, ne? Das ist halt schon. Ja, ist leider so, ist leider so, da hast du recht. Ja, Sascha, das ist ja schön, dass du am Start warst. Wir wollen jetzt ja ein bisschen öfter uns treffen. Solltest du irgendwelche, bitte? Unbedingt, unbedingt, also ich habe auch richtig Bock, jetzt auch wieder die Zeit, das war ja nicht immer so, das weißt du, aber jetzt auch wieder die Zeit und auch das Commitment, ich bin wieder voll dabei, ich habe Bock und ja, ich denke mal, der nächste Termin wird ungefähr dann nach der Closed Beta sein, wenn es dann Infos gibt, die man eigentlich gar nicht erzählen darf, so ungefähr, gefühlt. Vielleicht kommt dann ja auch ein neues Quartals-Update noch und ja, dann geht ja auch irgendwann die Open Beta los und dann gibt es ja wirklich viel, viel Content, den wir bringen können, YouTube-Videos, Podcasts, alles mögliche, ne? Absolut, also Podcast bin ich auf jeden Fall dabei, wie sehr ich in der Open Beta jetzt aktiv spielen werde, ich bin mittlerweile, ich schaue in Betas immer rein, aber ich gebe da halt kein Commitment ab, bin stundenlang, tagelang reinzocken, weil ich finde, man verhaut sich damit ein bisschen das Spielgefühl zum Release dann. Das sehe ich eins zu eins auch so, ich würde es nur der Website wegen machen. Genau, Website, ein Podcast, dass man ein bisschen Infos geben kann, ein bisschen reinzocken, aber ja, genau. Es gibt da draußen so viele Leute, die das für uns übernehmen, da können wir ja dann einfach nachlesen, was die dazu sagen. So ist es nämlich, so ist es. Ja, schön, dass du da warst und wir treffen uns die Tage wieder. Mach's gut. Alles klar. Tschüss und schönen Abend. Gleichfalls. Tschüss.